Capcom presents Marvel Comics Ja, das hat mich ziemlich geprägt. Ich habe Iron Man dadurch auch so kennengelernt durch die Animationsserie und er ist ganz klar stark inspiriert davon. Iron Man ist wahrscheinlich hier auch, also mit Marvel Super Heroes wurden viele Grundlagen gelegt für die Marvel Charaktere, also Marvel Comics Charaktere und Iron Man ist ein ziemlicher Keepaway Charakter, der sehr viel, man kann es sagen, er ist quasi der Zoner hier im Game. Weil er sehr viele Fernattacken hat, die ziemlich stark sind. Protonen Cannon, mega geile Attacke, die richtig geile Input hat. Seine Kicks und seine, wie gesagt, seine Projektile schon richtig cool gemacht. Er macht es, wie gesagt, das Spiel ist sowieso flawless animiert und ich muss sagen, ja, man muss sich ein bisschen stark gewöhnen mit Iron Man zu spielen, aber es macht schon Spaß. Es macht tatsächlich Spaß, ihn mit ihm tatsächlich zu spielen. Und es ist lustig, dass wir hier als letztes Iron Man nehmen gegen Thanos. Das ist schon mega geil. Ja, und Iron Man, man muss, das will ich nur ganz klar betonen, Iron Man war damals nicht einer der ganz großen Marvel Charaktere. Also, er hatte lange nicht so diese Bekanntheit und Beliebtheit wie heutzutage. Iron Man war so immer so die zweite Riege und war natürlich für Fans, die, ja, von Iron Man. Und Iron Man ist schon eine coole Socke gewesen. Daher, ja, würde ich sagen, das wär's mit dem Arcade Runs für Marvel Superheroes. Das beenden wir mit I am Iron Man. Ja, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns wieder, wenn es jetzt dann heißt, zu dem ersten Spiel, was ich aus dieser Versus-Reihe gespielt habe. Und jetzt wird es tatsächlich Versus-mäßig. Und zwar X-Men vs. Street Fighter. Daher würde ich sagen, ich bin die Cap, das Game Stage 5. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, come to me, my X-Men and Street Fighter. Final Superheroes! Final Superheroes! Final Superheroes! Final Superheroes! Final Superheroes! Final Superheroes! Das war's für heute. Unabee Ja! I'm killed! Drillpau Unabee Drillpau 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 I'm dead Superior attack Wrong tool Fights Unabee Rebelser Blast Drillpau Drillpau Unabee Drillpau Drillpau Rebelser Blast Drillpau 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 Unabee Drillpau Drillpau Unabee Drillpau Unabhängig Rilka 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 Marta Superier Attack Nós Cabelo Camus Castile Micas Unibus Superior attack Proton Spiders Spider-Steam Unibus Spider-Steam Repulsor blast Spider-Steam Proton Kanan Repulsor blast Unibus I'm Jim Superior attack Counter-Steam Guerrée Unibus Spiders Polar The Past Unibus Rom One Spiders Unibus Replace Revolte Blast! Super attack! Super attack! Super attack! Super attack! Bombo! Super attack! Bombo! Bombo! Super attack! Bombo! Super attack! Pre-pulsor blast! Unabeam! Wast! Earthquake! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Super attack! Round two! Fight! Boom! Unity! Proton cannon! Proton cannon! Boom! Iron Man wins! Superior attack! Perfect! Converting the投入! Golden Man wins! The Wouldnop! The wrong hand wins! The�! Is a promo of the new world to be the first day. The dead man wins! The dead man wins! The dead man wins! Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020